Okay, ab. Wir sind heute hierher gekommen, um ein Interview zu führen über Polizeiübergriffe der Polizei Altötting. Und Sie haben ja schon eine Vorgeschichte, Sie haben ja schon mal einen Polizeiübergriff erlebt, der Polizei Altötting, den man auch auf YouTube finden kann. Das war in Theising. Können Sie vielleicht mal zu Beginn unseres Interviews das nochmal kurz rekapitulieren, wie das damals war? Damals war das auch so, da sind 100 Polizisten in der Früh, also circa 100 Polizisten, ich kann jetzt nicht sagen, es waren so viele, es waren halt wahnsinnig viele Polizisten. Die sind uns damals schon, am 16. April, haben uns die das Haus gestürmt. Damals ist es gegangen um die Autobunnsgeschichte von Altötting. Da ist uns das ganze Haus umgestellt worden. Da haben wir mehr, ich weiß gar nicht, wer da anfangen soll, das ist so viel, das ist. Beschreib's vielleicht einfach mal, wie diese Hausdurchsuchung war. Wie viele Leute und wie die sich benommen haben. Die sind eine mit den schusssicheren Westen und mit den Waffen und haben geschrien, raus, 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 die sind bewaffnet. Sie haben mir erzählt, die sind einem praktisch einfach eingebrochen. Die haben uns die Haustierei gehauen, herunten. Also wir haben da so eine 6-fach Verglasung gehabt am Haus, an der Haustiere. Und dann stattdessen die mittlere Scheiben zum Ei zu hauen, dass man an die Tür denken kann, dass erst die obere Ei gehauen waren. Und dann ist noch dazu die untere Ei gehauen worden. Also die haben insgesamt, haben uns die zwei Scheiben eingeschlagen. Und dann ist das ganze Kommando da in das Haus eingestürmt, wie auch Horde Tiere, wenn man so sagt. Und Sie waren noch im Bett gelegen, oder wie war das? Ich habe erst gemeint, weil es geschebert hat unten, dass vielleicht Katze oder was, dass Katze irgendwas umgeschmissen hat. Und bin halt dann auf und bin aus dem Schlafzimmer raus und bin dann an der Treppe, weil es war im ersten Stock, wie ich dann an der Treppe schon gesehen habe, sind dann die Polizei, eine ganze Mannschaft aufführen und haben schon gesagt, raus, 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 die sind bewaffnet. Also die sind uns eine, wir... Das war im Ort? Das ist in Taising gewesen, das war 2007. 2007. Und wie weit ist Taising von Oldötting in Pfirrend? Circa 5 bis 7 Kilometer. Und jetzt kommen wir zu dem aktuellen Ereignis. Das ist ja gerade am Karfreitag wieder ein Polizeiübergriff gewesen. Genau, richtig. Berichten Sie mal dazu. Da war es so, der hat schon auf die Nacht um halbe zwölf hat die Polizei gelitten und hat nach meinem Cousin gefragt, der momentan ab und zu bei mir da ist. Dem ist sein Vater verstorben, jetzt ist der Cousin ab und zu bei mir da und dann hat die Polizei gefragt gehabt, wegen dem Leonhard. Dann habe ich gesagt gehabt, der ist momentan nicht da und dann, ob sie bitte schön schauen dürfen oder schlaft. Da habe ich mir nichts gedacht dabei. Dann habe ich gesagt, ja bitte, der liegt normal auf der Couch. Dann ist es gegangen um die Wäsche vom Leonhard. Dann habe ich gesagt, ja, der liegt im Waschzimmer drinnen, da wo mein Schlafzimmer reinkommt. Er hat dann gesagt, er hat nicht viel zum Oziehen dabei. Und bis ich überhaupt umschreien können habe, das waren vier Polizisten, sind mir zwei Polizisten schon aufgestürmt in den ersten Stock. Und ich habe mir da auch noch nicht, habe das wahrscheinlich auch noch nicht ganz überrissen, weil die mit den zwei Damen im Wohnzimmer war. Und da hat der Hund schon geknurrt herinnen. Dann hat die Frau, und das hat mich dann schon ein bisschen suspekt gemacht, die Frau, die Polizistin hat dann zu dem Hund gesagt, weil er geknurrt hat und war halt hier ein bisschen, weil es ein bisschen liegen. Dann hat die Frau gesagt, geh weg zum Hund oder ich gebe dir einen Tritt. Und dann habe ich gesagt, Moment einmal, habe ich gesagt, das ist normal, wenn der Hund da ist, dass der Hund sein Heim verteidigt. Und wenn ein Fremder herinnen ist, dafür ist ja auch ein Hund. Und bis ich dann erst einmal das registrieren konnte, das waren zwei Minuten später, sind mir schriege ich schon auf. Also wie gesagt, habe ich es oben schon bumpern gehört und schreien. Dann, bis ich an die Treppen geschreit habe, ist mein Verlobter, der Herr Winter, der Robert ist runter, die Treppen, und habe gesagt, lasst sie mich zu meiner Frau. Und bis ich das überhaupt ding, Entschuldigung, dass ich auch ganz so einen Unterbrecher habe, aber es ist halt nicht gleich zu mir zu sein, und es ist auch wahnsinnig viel, ist er in zwei Zimmer reingelaufen, weil die im Hausgang schon mit Pfefferspray gespritzt haben, dementsprechend. Jetzt haben wir ihm die Augen gebrannt, und er wollte sie, er wollte einen, und der hat ja gar nicht mehr gekriegt, weil er die Augen gebrannt hat und hat sich auf Couch. Der hat sich gerade noch zusammen. Dann haben die zwei Polizisten, die woher herinnen waren, die wo am Robert nach sind, haben ihn dann herinnen auf brutalste Art und Weise niedergeschlagen. Und er hat gesagt gehabt, er hat sich auch gar nicht mehr gekriegt am Anfang am Wondern, er hat gesagt, bitte aufhören, und er hat gesagt, ich habe euch doch gar nichts gemacht. Beschreiben Sie mal, was Sie sagen, brutalste Art und Weise, wie muss man sich das vorstellen? Zwar, dadurch, dass wir mir kein Wohnzimmer-Däne drinnen haben, weil wegen einem Kamin, haben sich die zwei Polizisten ja nicht die Tür zumachen können, sondern es ist ja kein Däne drin, die haben sich halt zu zweit vor die Tür hingestellt, dass keiner einer kam. Dann haben sie da herinnen erst einmal, ich sage ja, das war ein Gerangel, die haben den am Boden runtergedruckt, und ich habe einen großen Stortiger, den Sie ja im Foto dann auch sehen, die haben das Zeichen in der Back, die haben den auf den Tisch aufgeschmissen, also die haben wirklich die ganzen Gegenstände, was da waren, haben die wirklich nur noch auf einem Auffüllen. Auch diesen Tiger? Auch diesen, ich habe nur das nur noch mitgekriegt, ich konnte es nicht mehr genau so wie es war, ich möchte keinen Fehler nicht machen, also jedenfalls, der Tiger, den haben sie, er hat auf der Seite an der Nieren ungefähr 20, 20 Zentimeter lang eine Risswunde. Ich denke mal, die kommt vom Tisch oder vom Tiger, weil das war, und der Robert hat dann gesagt, bitte aufhören, und er hat gesagt, ich habe euch doch gar nichts gemacht, und ich gebe doch eher Ruhe. Und Sie haben mir ja im Vorgespräch schon erzählt, er hat sich ja eigentlich gar nicht gewirrt. Nein, er hat sich nicht gewirrt. Und wurde trotzdem so brutal misshandelt. Er hat sich ja gar nicht gewirren können, also wirklich, der ist ein Wohngling, weil der hat ja durch das Pfefferspray, war er ja schon so, von den Augen her, und vom Einigen her, und schon von vorher, dass der, der hat sich gar nicht mehr gewirren geworden. Dann hat er gesagt, bitte aufhören, und hat er gesagt, ich tue euch nichts, wie er gesagt hat, und ich möchte meine Ruhe, also ich mache doch nichts Schlimmes. In dem Moment packt er wohl, jetzt ist das Pfefferspray noch mal in der Augen, und vielleicht in einem Abstand vom Gesicht, so circa so in einer Höhe, spritzt er ein bisschen Pfefferspray in der Augen rein, und dreht ihm alle zwei ins Ding rein, auf den Frostkorb auf. Und immer wieder mit den Füßen, einen Schlag nach dem anderen. Und dann habe ich irgendwann einmal gemerkt, wir haben ja draußen geschaut, sie sollen ihn bitte stehen lassen, er hat nichts gemacht. Entschuldigung, das ist voll. In dem Moment habe ich gemerkt, dass sich der Robert am Boden schon gar nicht mehr bewegt. Ich habe mir ehrlich in dem Moment gedacht, jetzt ist es vorbei mit ihm, weil er sowieso immer Schwierigkeiten hat von der Gesundheit her. Dann habe ich gesagt, die rufen einen Notarzt da, weil so geht das nicht, dann sind sie hergegangen, dann haben sie zu mir gesagt, nein, also die haben mich förmlich angeschrien, nein, das machen sie nicht. Also die Polizei allerdings verbietet Ihnen den Notarzt an. Ja, weil ich gesagt habe, weil er sich nicht mehr rührt, ich möchte bitte schön einen Notarzt da haben, nein. Aber in einem Ton, dass ich mir ehrlich gedacht habe, man haut es ins Fetzen raus, also sowas macht man nicht, man kann man Anstand, man braucht nicht mehr von Anstand reden, weil das, was sie sich da geleistet haben, das merkt eigentlich dann jeder, dass das, kein anständiger Mensch macht das nicht, der ist einsichtlich und sagt, okay, mache ich mal einen Notarzt, weil das ist doch ein bisschen zu massiv gewesen, was sie sich da erlaubt haben, aber nein. Und dann haben sie mir das T-Shirt, die haben mir das T-Shirt komplett runtergerissen, das ist dann noch so ein Fetzen gewesen, was überblind ist, dann haben sie gewartet auf die Verstärkung und haben einen Robert mit dem Achter da, also mit den Handschellen, sind sie hergegangen, die haben dann aber dann nicht aufgekommen am Boden, dass sie ihn hochgehalten, hat er nicht schulternd, dass er wenigstens dient, sondern die haben dann die Handschellen hochgerissen. War er die Hände nach vorne oder nach hinten? Nach hinten. Und in dieser Weise hochgehoben? Und in dieser Weise... Das sind ja Folterpraktiken. Als er hochgekommen war, er hat dann noch geschrien, ich hab's dann noch gehört und es ist halt immer schlimmer geworden. Sie sagt nachher, es hat geknappt. Er hat da, wo sie einmal ins Ding rein, in den Trippen rein gekupft sind, ich sag ja, die sind ja mit den Knie rein, wie er... Das hat ja dann auch Folgen? Es hat Folgen gehabt, indem der Robert die siebte Rippe gebrochen hat. Dann hat er am Auge eine Verletzung, dann hat er Brandwunden an die Hände. Ich hab ihn dann gefragt, was das ist, weil wir haben ihn danach besucht und er ist ja von oben bis unten blau. Also er hat sehr, sehr starke Verletzungen. Da sollte man vielleicht noch erwähnen, was Sie mir im Vorgespräch sagten, wie das mit dem Auge war, dass man ihn gedroht hat, das Auge zu zerschneiden. Beschreiben Sie mal das. Es ist nicht gedroht worden, es ist so gewesen, ich hab ein Windlichter am Tisch gehabt, das war natürlich auch am Boden runtergeflogen, weil die haben mir die ganzen Möbeln zusammendroschen, die haben mir den Robert noch hin und her geschmissen und mit dem Windlicht am Tisch, also die waren das auch am Boden denk, das haben sie mir ins Auge gedrockt. Und ich hab mir erst gedacht, der Robert hat ein blaues Auge, wie ich ihn gesucht habe, und ich sag, woher kommt das? Dann sagt er, ich hab schon mitgekriegt, was das viel passiert ist, aber durch das, dass ich die Polizistinnen immer wieder so hingestellt, hat man die Kleinigkeiten. Also mit einer scharfkantigen Glasscherbe sozusagen hat man ihn? Nein, da war der Gegenstand, glaube ich, sogar noch ganz, ich weiß es jetzt nicht mehr, weil danach war es kaputt am Boden gelingen, ich kann das nicht mehr genau sagen, jedenfalls haben sie ein bisschen das Auge aufgedruckt. Und das mit dem Direktor schocken. Wie war das mit dem Arzt, der ist ja dann durchleuchtet worden, und der Arzt wollte den dann ja im Krankenhaus behalten. Der Robert ist, nachdem das sind da herinnen, die haben eine Verstärkung gewartet, und das hat ungefähr, der ist jetzt einmal eine Viertelstunde dauert, bis die gekommen sind. Da ist der Robert draußen gestanden, an der Terrasse, bis die gekommen sind, und ohne Schuhe, weil er war stromgesockert, und hat Jogginghosen angehabt, und mit das ganze T-Shirt zerrissen, und mit den Handschellen hinten, an dem Ding dort, dann habe ich gesagt, ob ich bitte hergedarf und könnte einem Schuhe, und wenigstens ein T-Shirt, oder einen Pulli bringen, weil es ist ja kalt draußen auch. Dann hat der Polizist mich angestrahlt, und hat gesagt, nichts wäre kalt. Dann ist mein Sohn hergegangen, und hat gesagt, Moment einmal, man muss ein bisschen an die Menschlichkeit bedieren, so geht es nicht, hat er gesagt. Dann hat man dem Robert die Schuhe hingestellt. Ich kann ihm dann wenigstens noch die Jacken, oder was, weil das ist wirklich draußen eisig, kalt gewesen an dem Tag, das heißt, eisig ist auch kalt, und ich meine, mit dem nackten Oberkörper ist es natürlich noch kälter. Nein, das ist mir vermittelt. Danach, es hat, ich meine, das ist jetzt, was Sie da vom Krankenhaus meinen, der Norbert ist danach von der PE, weil sie ja durch den Rippenbruch haben sie nicht ins Krankenhaus gefahren, der Doktor hat ihn gekriegt, dann hat festgestellt, dass die siebte Rippe gebrochen ist, und der Doktor hat gemeint, das hat so den Polizisten gesagt, er kann es nicht, ja eigentlich nicht, hat er gesagt gehabt, verantworten, er ist eigentlich nicht transportfähig mit der siebten Rippe, weil die nah an der Lunge ist, und wenn die sie in die Lunge eingebaut, dann schaut das schlecht aus. Sie sagten sogar tödlich. Ja, er hat gesagt, das ist nicht gut, weil wenn sie die eingebaut, dann ist man, dann hat der Polizist gesagt gehabt, unterschreiben Sie das jetzt und fertig, das passt schon. Also der Polizist hat den Arzt genötigt, zu unterschreiben, dass er nicht im Krankenhaus bleibt. Genötigt, ich meine, ich war bei dem nicht dabei, ich kann nichts Schlechtes sagen jetzt, also ich sage genötigt oder nicht, ich habe den Ort mal. Aber psychischen Druck ausgeübt. Er hat zu ihm gesagt gehabt, unterschreiben Sie das jetzt und fertig. Und somit haben sie ihn mitgenommen. Er ist mit der gebrochenen Rippe, mit den ganzen Verletzungen, wieder in die Arrestzelle, auf Allreding runtergekommen. Bis zum nächsten Tag in der Früh. Und Sie haben ihn dann ja besucht, und beschreiben Sie mal dann, wie da der Zustand war. Dann am Dienstag habe ich, Montag war der Ostermontag, da ist ja nichts gegangen. Am Dienstag habe ich auch in der JVA hat mich erkundigt. Ich habe am Samstag einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der mich auch vieles in die Wege geleitet hat. Und am Mittwoch habe ich ihn dann besuchen können. Dann habe ich ihn besucht, und da habe ich dann die Verletzungen gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, also so, wie mir hat das schon gereicht, was das hier drin, was ich im Wohnzimmer mit erlebt habe, aber dass ihn so schwer erwischt haben, das hat mir nicht einmal ich denken können. Weil die blauen Flecken, man sieht ja das erst am nächsten Tag oder später, man sieht in der Dunkelheit, wir haben ein gedämmtes Licht im Wohnzimmer, und beim Ausgehen, wir haben das nicht so hell, dass wir das gleich drin, aber er hat halt dann wirklich, also er ist überall im Kitzblau. Hey, das mit der Lettoschocker, das ist ganz, weil das dürfen Sie? Ich habe gesagt, das müssen Sie jetzt aus, aber die Lettoschocker, weil das dürfen Sie? Beschreiben Sie das nochmal, wie Sie sagten, es hat ausgesehen, wie Zigaretten ausgedrückt. Er hat links und rechts, hat er zwei so, in Bayern sagt man dazu rufen, so Verkrustungen dort, die eine ist so ungefähr, ja, ein Zehnerl groß, und das andere ist so, wie der Zigaretten einbringt, und das sind wie so Punkte, mit Verkrustungen schon dort. Ich sage, ich schatzelt habe, ich sage, woher hast du das, was ist das? Dann hat er gesagt, die anderen im Wohnzimmer mit dem Elektroschock noch runtergedrückt. Ich sage ja, ich habe alles, die Kleinigkeiten, kriegt man nicht mit, man kriegt die Schläge mit, aber die Kleinigkeiten, wenn man jetzt einen zwickt, das sieht man natürlich nicht, wenn man da vorstellt, als wenn man einem... Also die Polizei Altötting verwendet Elektroschocker gegen Bürger, die sich nicht mal wehren. Der hat sich nicht wehren, der hat gar nichts gemacht, also der ist wirklich am Boden, leblos dort entgegen, weil ich wirklich Angst gehabt habe, und er hat gesagt, draußen hat er gesagt, der braucht ganz dringend einen Arzt, der hat Herzprobleme, er kann nicht mehr atmen. sagten wir auch im Vorgespräch, dass man eine Art Redeverbot erlassen wollte oder ihr Verlobter darf ihnen gar nicht zeigen, wie verletzt er ist. Er hat bei mir drinnen war nach Besuch und er hat gesagt, er kann nur noch das sagen, hat er gesagt, das ist schnell gegangen, weil die Beamtin dann wegschaut hat, gesagt, er kann ich da nicht sagen, hat er gesagt, er darf das nicht. Er darf das nicht? Also er hat zu mir, ich sag, ich muss nicht, es war, da waren wir ein bisschen nervös, auch mal sich dazu sagen, und er hat gesagt, er kann jetzt nicht, oder er hat gesagt, dann hat man das dann ganz heimlich, wie die nicht hergeschaut hat, hochsagt, da schafft sie schon her. Wie sah das aus? Das ist ungefähr 20 Zentimeter lange Risswunde, die hat er da im Nierenbereich entlang runter, die hat er mir noch zeigen können, an die Verbrennungen an der Hand, das blaue Auge, und wir haben ja im Jahre 2010, im Dezember 2010, einen schweren Verkehrsunfall gehabt, da habe ich damals Rippenbrüche erlitten, und der Robert hat einen Speichenbruch erlitten an der Hand. Das habe ich dem Polizisten da herinnern, wie er an die Handschellen angemacht hat, außer ich habe gesagt, der hat eine Verletzung an der Hand, die Speiche ist ab, der hat das auch so verheilen lassen, normal hätte der Platten reingehört, sagt er, der hat, wie sagt man da, Physiotherapie, dass das wieder kommt, dass das ganze Gefühl wieder kommt, und dass das wieder da ist, da ist er gegangen, und ich habe gesagt, bitte, habe ich gesagt, der hat da Probleme mit der Hand, und die haben die Handschellen so fest zusammendrückt, dass er heute nicht einmal mehr die Hand spürt, also er hat durch das, dass er sowieso vom Unfall schon beschädigt war, aber ich habe die Polizisten darauf hingewiesen, also bitte aufpassen, das ist seine verletzte Hand, und die haben ihm die so fest drückt, also drohend, dass sogar noch die Spuren von den Handschellen an der Hand da sind, und er hat keinen Nerv, also er spürt an der Hand gar nichts mehr. Und das ist durch diesen Polizeieinsatz gekommen? Das war durch den Polizeieinsatz, weil vorher, er hat ja immer wieder, er hat alles gekannt, aber da, wo ich ihn besucht habe, habe ich gesagt, sag mal, habe ich gesagt, weil er die Hand auf der Scheibe oben, habe ich gesagt, tut dir das nicht weh? Dann sagt der Schatzlein, und er hat gesagt, die spüren nichts mehr, an der Hand. Und jetzt will man ihn, oder wollte man ihn ja noch weiter verschieben, offenbar, damit er aus dem Radius seines bekannten und Verwandtenkreises entfernt ist und man nichts beweisen kann. Ich sage, ich mag keinem was Unschuldiges nachsagen, ich möchte nicht, dass mir was Unschuldiger nachgesagt wird, ich mache es andersrum nicht genauso, dass ich sage, keinem was Unschuldiger nach, aber meines Erachtens, ich bin ehrlich, dass er keiner kommt auf Stadelheim, vom Schub, von Oldätigen mit den Verletzungen, auf Landshut, von Landshut wird er auf Stadelheim gekommen, also ein Verletzter wird dauernd verschoben? Wird hin und her verschoben. Und für mich ist das halt dann auch so, ich habe es einmal gesagt, sagt er selber drinnen, weil er war, sagt der Schatzlehrer, sagt er denkt, dass um die blauen Flecken, weil er halt doch am ganzen Körper, er ist übersät mit den Sachen, und wenn ich dann raus bin aus dem Besucherraum, dann war er ein netter, muss ich sagen, ein netter Beamter, mit dem ich dann noch gesprochen habe, und habe gesagt, ob das möglich ist, weil ich habe, da denke ich, die Regen noch mal fallen ein gutes Wort ein, dass vielleicht, dass sie ihn doch noch da lassen, aber zu dem Beamten habe ich mir das erklärt, sage ich, er hat so viele Verletzungen, sage ich, und eigentlich darf man doch das nicht, dass man den so noch verschubt in dem Zustand. Dann sagt der Mann, war ein ganz sympathischer Mann, der hat dann gesagt, ja, hat er gesagt, er hat das schon mitgekriegt, weil er am Samstag reingekommen ist, weil er ausgehört hat, weil sie ihn zugericht haben. Also er hat das, er hat ja nicht gewusst, wer ihn so zugericht hat, aber er hat gesagt, man hat schon gesehen, dass er so. Kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, dass es ja mehrere Zeugen gibt und auch ihren Rechtsanwalt und was der zur Polizei gesagt hat, wenn Sie das vielleicht noch schildern. Der Rechtsanwalt, den ich am Samstag dann erreicht habe, der hat am Anfang abgerufen bei der Polizei und wollte sehr kundigen und dann hat er, also ich sage, ich kann den Wortlaut nicht wiedergeben, weil ich war nicht das Gegenstück am Telefon, da sage ich, und irgendwann einmal hat der rechter Polizist gesagt am Telefon, wovon meinen Sie, den mit den gebrochenen Rippen oder den anderen. Dann hat das ja gepasst mit den Verletzungen da herunter. Die haben ja eine große Auswahl bei der Polizei, also normalerweise hätte man wissen müssen, wenn ich sage, der, dann muss ich auch wissen, wer das ist. Und dann ist halt der Rechtsanwalt sauer geworden und dann gesagt, Moment einmal, so geht es ja wohl wirklich nicht, also die braucht es viel Leid für einen Mann. Und dann wird er da herinnern, weil wir gesagt, die haben einen Robert verletzt, die haben einen Böbeln kaputtgehauen. Ich sagte, das kann es ja wohl wirklich nicht sein. Und dann haben sie ihm keine richtige Auskunft gegeben und der Rechtsanwalt hat mir dann die Spurensicherung vorbeigeschickt zur Tatortsicherung, dass auch Beweise gegen die Polizei da sind, dass das nicht hinterher vertuscht wird oder sagt, ja, der ist da herinnern ausgeblüht oder sonst irgendwas, dass man sich das alles schieret. Und dann ist aber auch die Tat durch die Spurensicherung gekommen. Die hat dann zu mir gesagt gehabt, ja, da hat er gesagt, ja, das hat jetzt momentan sind es noch Zeugen, aber es kann ja natürlich auch passieren, dass sie angeklagt werden. Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal, hier geht es um die Menschlichkeit und da ist mir das Gesetz, Gesetz ist hoch. Wegen was will man Sie denn anklagen? Er hat gesagt, momentan sind Sie nur Zeuge, in dem Fall, dass ich gesagt habe, die Polizei war so massiv. Aber es kann mir passieren, dass ich danach angeklagt bin. Das ist ja auch schon eine Art Nötigung. Ja. Sie sollen quasi nicht, dass Zeugen sich äußern dürfen, da wird Ihnen schon gedroht, Sie könnten ja auch angeklagt werden. Das hat der Polizist noch gesagt. Das hat der Polizist noch gesagt. Das hat mir der Polizist noch gesagt. Und ich habe aber auch gesagt, das geht um die Menschlichkeit, das Gesetz ist hoch, habe ich gesagt, aber das, was man an Robert verbrochen hat, sage ich, Gegenstände, habe ich gesagt, kann man ersetzen. Sage ich, das tut nicht so weh. Aber an Menschen, an den Menschen, den man liebt, auch so verletzen, sage ich das. Da kommen wir vielleicht noch am besten mal auf den Tiger zu sprechen. Sie hatten einen großen Porzellantiger und der ist bei dem Einsatz kaputt gegangen und wurde auf Ihren Verlobten draufgeschlagen. Also die haben ihm da, die haben, der war auf der Couch, die haben ihn mit dem Ding runtergezogen, die haben ihn da am Boden gehabt, da waren auch dann die Blutspuren. Sie sind da hingestanden. Da waren die Blutspuren an einem Boden und wir sind runtergekommen von der Couch, weil er hat sich nicht am Boden, sondern er ist wirklich auf der Couch und die haben ihn runtergezogen und haben ihn dann dementsprechend, also die haben nur noch auf ihm eingekauen und eingekauen und eingekauen. Da habe ich mir ehrlich gedacht, man kann doch, man kann es nicht beschreiben und es fällt mir jetzt momentan ziemlich schwer, das alles wiederzugeben, weil, wie gesagt, das ist... Und wenn man schaut, das war die Augen vor den Kindern, weil er war ja auch da. Also, die ganze Familie und ihre Kinder haben dieses Schauspiel mitbekommen? Der Kleine hat es mitgekriegt, der Große hat es mitgekriegt, wir wollten mehr ein Ding und wie gesagt, die haben uns da das zugemacht, dass kein einer kommen, aber die waren alle da, die haben das alle mitgekriegt, wir sind ja am Gang draußen gestanden und haben mir nicht helfen können. Also, es war massiv.